Cello meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Videoreihe. Nachdem das eigentliche Mittwochsprogramm, und zwar das Cheater-Experiment, eher jetzt flach fällt, weil ich ja ausschließlich Non-Prime spielen kann und da halt die Cheatersuppe richtig fett ist, habe ich mir, beziehungsweise haben wir uns überlegt, dass wir, da wir auch gerade im Stream so viele Challenges machen, also im Matchmaking, auch Wingman-Challenges machen und diese kann ich ja für YouTube erstellen und dann hochladen. Heute beginnt Tag 1 der Wingman-Challenges und hier wird es auch in jeder Folge ein kleines Gifo ergeben. Nichts Großes, einfach unter den Leuten, die halt kommentieren, wir haben gerade gestern im Stream drüber gesprochen, dass ich ja auf YouTube im Moment so wenig mache, was Giveaways angeht. Damit starten wir jetzt mit dieser Wingman-Geschichte hier und sie läuft wie gesagt einfach über die Kommentare. Also wer hier einfach aktiv kommentiert unter den Videos, der ist da mit drin, automatisch und kann halt was haben. Unser erster Mitmach-Mensch ist... Hallo. Also Oli Diegel mit Yakuza, bam. Ich habe jetzt einfach alles drin. Ne, 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 nicht alles. Ne, ne, ne. Und ich lade dich mal ein. Oh, Calavera. Ich habe die Map-Sitzer auch noch einmal gespielt. Ich gucke sie mir doch schnell nochmal an, bevor ich hier komplett reinkack. Ja, ja, genau, das ist die, alles klar. Man kann einmal hier unten rein auf die Side und auch da hoch. Aber die Timings wissen wir natürlich nicht, ne? Wir müssen rein auf Aim-Spielen. Äh, ich aim gerade nicht. Ich kann, ich kann nicht aimen. Ja, ich auch nicht. Deswegen wird es wahrscheinlich interessant mit den Diegels. Oh, es läuft doch, Yakuza. Es läuft doch. Na also, ich bin gespannt. Ich, äh, ich würde raus, außen, außen hingehen. Okay, also zusammen oder soll ich, soll ich rein? Ne, lass beide rein. Wir haben ja Bombe. Ich weiß, dass wir T sind. Ich, ich gehe mal runter und gucke. Oh, da ist einer. Oh, da unten. Siehst du oben einen? Der ist hoch. Oh. Heiß. Der andere ist weg. Oder ist der hoch? Ist das der gleiche? Das war der, der hoch, äh, der unten war. Ich gucke ganz kurz hier hinten. Oh, kann man da auch rein? Was ist denn hier los? Vielleicht camp der irgendwo. Ja, 100 pro. Ich mache jetzt halt mal ein bisschen Stress. Hä, das ist jetzt schlecht. Den glaube ich auch da, unter dir steht. Oh. Oh. Das war ein bisschen Lücke, mal Lücke. Boah. Sehr geil. Fängt ja schon mal ganz gut an. Ich gehe unten wieder. Ne, ich gehe diesmal auch hoch. Oh Gott, der ist schon da. Ach du Schütz. Also, er war direkt bei uns im Aufgang. Hä, hat der nicht. Ich weiß nicht, bitte. Hat der nicht überhaupt gesehen? Oh. Ich glaube, das war der, der mich gekillt hat. Wahrscheinlich, der eine. Nice. Kusaloka. Ganz, irgendwer macht, what the fuck. Hätte er mal treffen sollen, der Döte. Einer ist, muss unten irgendwo sein. Nein, ich gehe nicht. Er ist links auf der Treppe. Ah, nice. Nice. Der andere war irgendwo da unten, glaube ich. Da kam der Nate her. Alter, der mit der Diesel spielt. Und dann direkt praktisch bei Ihnen von hinten kommen, oder wie? Ja, genau. Okay, okay. Ich nade mal da runter. Oh, ich habe gerade Lecks. Ich molle da hinten auf unseren Eingang. Ich lege mir jetzt gleich eine Smog und gehe auf den Plant. Ja. Vielleicht darf K? Das kann natürlich sein. Ah. Bis oben. Jetzt muss er halt was machen, ne? Bis oben. Monsieur, bleiben Sie bitte stehen. Sie. Hat die Flash irgendwas gebracht? Glaubst du, die hat ein bisschen geholfen? Er kam ja trotzdem direkt an die Bombe, der Sack. Aber konnte halt nichts mehr sehen, ne? Ja, genau. Ah, einer ist bei mir. Wie kommt der hier? Der kann außen rum rennen, über rechts. Der ist da irgendwie hingesprungen. Wow. Warum schießt der hier? Warte, komm her, durchschießen. Uhu. Ah, shit. Ja, also irgendwie haben die echt einen sehr schnellen Zugang da hoch. Bist du die Leiter hoch, oder bist du hier links die Treppe? Ich bin links die Treppe hoch, dann ist der irgendwie da auf den Balkon gesprungen. Ich weiß auch nicht, wie. Warte, ich komme einmal dazu. Warte mal. Na, er ist links, er rechts, rechts. Ja, scheiße. Er springt wieder auf den Balkon. Ich weiß auch nicht, ich wusste nicht, dass man da hoch kann. Sie können überall hin und wir gefühlt nicht. Calabarera-Profis. Die Calabarera-Mann-Profis. Ich gucke nochmal außen. Also außen war ja vorhin auch nicht schlecht. Ja, ich komme auch mit außen. Ich werfe hier noch einen Molo hin und eine Flash. Oh, die sind beide außen, glaube ich. Ne? Ah, die können ja aus den Fenstern rausgucken da oben. Oh, hier ist einer. Ich flash mal rechts rein. Achtung. Oh, shit. Okay. Der andere ist... Aber man kann auch an den Fenstern, glaube ich, irgendwie hochpusten. Ja, lass doch mal kurz beide hochgehen. Wir gehen hier bei uns die Treppe hoch und dann aber sofort rechts dem einen entgegen. Ja, okay. Okay, ich gucke jetzt links. Okay, jetzt ganz hinten. Und rechts. Aber jetzt zählt ja immer das easy. Ja, denke ich auch. Da müssen wir nicht so komisch rumrennen. Sind wir direkt oben? Ah ja, okay, klar. Wir sind direkt oben. Das ist natürlich echt frech. Einer ist unten. Okay. Beide unten, beide unten. Wer ist uns halt? Alter, wo steht der denn rum? Okay, das wird jetzt haarig. Fuck, ich habe ihn 97 in zwei. Scheiße. Ah, so hat er das gemacht. Unten wieder. Okay. Jo, einer durch. Hat mich gesehen. Und Zeit weg. Der andere ist direkt unter dir. Ja, der hat 50 noch. Na Allah, es geht doch. Oh, ein Taser sogar. Ganz frech. Dürfen wir mit Taser spielen? Äh, können wir. Aber ich weiß nicht, ob wir es riskieren sollen. Also einer ist über dir. Ich denke, die gehen außen rum. Also der zweite. Ich habe hier hinten so ein bisschen die Sicht. Ich gucke. Oder hörst du ihn? Ich höre ihn. Jo, der sitzt da. Der kniet da einfach. Weiß nicht, was er macht. Die steppen beide da. Okay. Alter, kommt runter. Beide unten. Warte, versteck dich. Äh, leider kam ich nicht mehr rum. Der hat schon Half-HP. Oh! Der hat das Haus. Schade! Schade! Du gehst echt auf den Taser. Ja, außen ist eine. Nate von mir. Ja, nice. Dann sollen sie ruhig mal hier meine Nails essen. Ich gehe zu uns an Spawn zurück und warte. Oh, ich knife einen, ich knife einen, Jan. Zurück? Er guckt mich an, schön. Ich knife einen doch nicht. Ah, ja. Ja, Kusa, ich knife jetzt einen. Türen. Sauber! Lecki! Weg mit der. Bäh! Wollen wir mal am Fenster boosten? Hast du einen Molotow? Molotow mal den Balkon. Geradeaus oder rechts? Oh, der ist da drin. Soll ich hin? Ich kann mich... Ah, da ist ein Affe, der sieht dich! Taser ist bei mir auf Sidearm gelegt. Ich bin jetzt vielleicht unter ihm oder so. Ja, er hat mich erwartet. Scheiße! Also, er ist immer noch da oben. Ich gehe ganz an den Spawn. Er ist drüben bei uns am Spawn. Auf dem Balkon da. Könnte gleich runterkommen zu dir, aber die Tür ist zu, ne? Ja, er ist unten onside. Er hat einen Hit, Diegel. Er ist immer noch hinter das Maug rechts jetzt. 70 AP hat er genascht. 70 Damage, meine ich. Ohohoho, er umläuft. Stabile Brise. Direkt ein ultraspannendes Teil. Oh yeah, da sind die Waffen. Ist der noch outside bei T? Ja, der muss da draußen, glaube ich. Die Tür ist offen unten. Oben, über dir. Die sind gleich bei uns. Hier. Joa, bei uns am Spawn. Hat einen Deagle-Hit genascht. Einer ist noch auf dem Balkon. Er ist weg. Letzterer ist bei uns am Spawn. Ich habe 1 AP. Ende der Box. Da oben. Am Spawn, ja. Jo, ich sehe ihn. Nein! Er hat 82 Damage schon genascht. Ich wollte gerade sagen, nichts riskieren, nichts riskieren. Lieber voll aufs Körper gehen. Wollen wir nochmal versuchen zu boosten? Äh, ja, können wir machen. Smokest du? Oh, nicht Molly, okay. Ja, die kommen jetzt bestimmt outside. Das ist jetzt ihre kleine Schlawiner-Taktik. Jo. Einer hat genascht, hat genascht. Hat mich dabei gesehen. Pass mal auf, ich mache es jetzt so wie die. Oh shit, mich hat man voll gehört. Über die ganze Map. Er ist bei uns oben jetzt. Ich glaube, er hat sogar einen Hit. Der andere pente. Wider smoked. Nice. Du kannst direkt auf den Team mit defuse gehen. Jawollo, jawollo, Einer. So macht man das. Oh, das war sweet. Boah, drei Smokes hier. Das geht ab. Mehr Smokes als im Matchmaking. Ich denke, dass wir nochmal unten an der Tür kommen wollen. An der kleinen. Ich halte die Nate bereit, falls die Tür aufgeht. Ja, die Tür ist offen. Der geht raus. Oh shit, da ist er schon. Oh Gott, der ist oben. Hallo. Bei uns oben, oder wie? Ja, der kommt. Weiß ich nicht. In der Spider-Smoke-Wache. Der eine kommt gerade zu mir hoch. Ah, shit. Ah, fuck. Ich hoffe, er hat das nicht im... Doch, er hat das voll im Blick. Ah, scheiße. Boah, dieser Karola, Mann. Ja, die haben echt viel mitgespielt. Die haben mitgespielt, die Jungs. Die haben es irgendwie gerafft, was wir davor haben, glaube ich. Das war schön. Das war trotzdem nice. Der eine hat sich in der Smoke versteckt. Ich bin LEM eingerankt. Naja, also... Naja, also ich sag mal so. Das war's. Das war's. Ich bin LEM. Das war's. Ich bin LEM. Das war's.